einen wunderschönen guten morgen wir haben heute den vierten und wir sind gestern um 3 uhr 30 ungefähr hierhin angekommen jetzt haben wir mittlerweile acht uhr und fahren jetzt in acht minuten los ich mache jetzt noch mal in meine haare packen meine sachen zusammen und dann kann es auch schon losgehen heute ist ja der letzte tag dort und dann auch die abreise und der Matthias nervt mich gerade die ganze zeit nein we wanted to run together back then we crystal prayer shimmering lights around us we take flight into the sky Ich bin gerade einfach in einem komplett leeren Zug, hier ist einfach kein Mensch zu haben. 20 Uhr, 43 Uhr, am Sonntag, ich bin gerade auf dem Rückweg. Der Mess-Takt war sehr, sehr anstrengend und jetzt bin ich fast da, sitze hier noch so im Zug und hier ist einfach keiner mehr. Richtig entspannt. Ich habe jetzt gerade angefangen, alle Leute in meinem Freundeskreis anzuschreiben und denen zu sagen, dass ich jetzt auf Telegram umschreiben werde. Angefangen habe ich jetzt mit den Gruppen, weil es einfach da am einfachsten ist. Und ja, mal schauen, ob das klappt. Komplett auf Telegram zu setzen anstatt WhatsApp. Die AGBs finde ich halt einfach echt scheiße. und du wirst ja mal sehen und du wirst ja ehrliches över null. Du wirst ja mal sehen, jetzt 싶은 Edgar! Ich möchte jetzt all ich bitte!